Hallo, hier ist Günther von Scootertouren und heute ist unser letztes Video aus dem Erzgebirge vom September 2018 zu sehen. Und zwar geht es von dem Mittagsstopp in der Nähe der Eibenstock-Talsperre, der Trinkwassersperre. Ja, leider kein blauer Himmel heute, trotzdem schöner Stopp. Und wir fahren dann weiter und wollten uns eigentlich die Orgelpfeifen bei Scheibenberg angucken. Also eine geologische Besonderheit. Aber seht selber, wie der Petrus uns reinregiert hat. Viel Spaß beim Schauen. Bis bald. Ciao, ciao, euer Günther. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.